Heute geht es mal wieder um GitHub Actions und zwar gucken wir uns an, wie wir diese kleinen Status-Badges in unsere Readme-Datei packen können. Los geht's! Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Heute geht es mal wieder um GitHub bzw. dort um GitHub Actions. Und wir werden hier diese kleinen Status-Badges bauen. Ihr kennt es wahrscheinlich alle. Ganz oben in den großen Frameworks über den Repositories in der Readme, da sind jede Menge von diesen kleinen Icons, wo sowas steht wie Test erfolgreich durchgelaufen, neueste Version ist deployed, Testumgebung läuft oder was auch immer. Und das hat alles mit diesen Actions zu tun, was heißt, es sind einfach nur Visualisierungen des Zustands eines Branches oder einer Action, die im Hintergrund aktiv ist und läuft. Und das Ganze werden wir heute für unsere Projekte anpassen, was heißt, ich werde euch zeigen, wie ihr sowas selbst machen könnt für eure Pipeline, für eure Action im Hintergrund. Um zum Beispiel anderen zu zeigen, dass der Development-Branch gerade verbuggt ist und nicht funktioniert. Ansonsten, ja, wenn ihr Fragen dazu habt oder zu anderen Themen, ganz oben in der Videobeschreibung, wie immer ist ein Link zu Discord-Community, da könnt ihr einfach der Community joinen, Hallo sagen, Fragen stellen, Fragen beantworten, euch mit Gleichgesinnten austauschen. Und ansonsten, ja, legen wir jetzt direkt los. Viel Spaß und auf geht's! Zoom los geht's mit unserem heutigen YouTube-Tutorial. Ihr seht hier ein Repository-Test, das ist einfach nur ein Fork meiner Standard-Entwicklungsumgebung. Und wir wollen, wenn wir jetzt runterscrollen, hier drüber unsere Custom-Status-Badges hinzufügen. Und wir wollen uns zwei verschiedene Möglichkeiten angucken. Einmal ganz Custom-Status-Badges von Diensten, die nichts mit GitHub zu tun haben. Und einmal unsere Standard-Action-Pipelines. Das heißt, wir haben hier, wenn ich auf Actions gehe, schon zwei Pipelines definiert. Nämlich einmal in diesem Fall unseren Linter, aber auch natürlich nicht nur unseren Linter, sondern Select Workflow, auch unseren Deployment-Page. Das heißt, wenn ich hier jetzt runterscrolle, sehen wir, Deployment-Page ist zweimal durchgelaufen, wurde manuell von mir getriggert, vor knapp einer halben Stunde. Und wenn ich jetzt hier oben auf diese drei Punkte gehe, dann öffnet sich hier so ein Pop-Up. Dieses Pop-Up zeigt uns hier oben schon unseren fertigen Badge, den GitHub uns bereitstellt. Hier können wir zum Beispiel einen Branch auswählen. Warum ist das wichtig? Es gibt ja Pipelines, die für ganz viele verschiedene Branches laufen. Und ihr wollt vielleicht ja nur für euren Development oder den Test-Server oder den Master irgendeinen Status bereitstellen. Also ist das Ganze deployed oder ist das Ganze testfree, also haben alle Tests funktioniert. Da wollt ihr ja nicht von irgendeinem Feature-Branch quasi den Status, sondern nur vom Master oder nur vom Development oder was auch immer. Das nächste, ihr könnt das Event auswählen. Zum Beispiel könnt ihr sagen, bei einem Push. Und bei einem Push würde hier zum Beispiel stehen, no status. Weil hier unten beide Pipeline-Durchläufe sind quasi von mir manuell getriggert worden. Und deswegen müssen wir hier Workflow-Dispatch nehmen. Das ist quasi der manuelle Trigger. Und dann seht ihr, das Ganze hat funktioniert. Passing hat also seine Aufgabe erfüllt. Den Code kopieren wir uns jetzt und dann gucken wir uns den gleich mal genauer an, was hier quasi dahinter steckt. Wir gehen jetzt nämlich hier wieder auf Code, scrollen ein bisschen runter, gehen zu unserer Readme, öffnen uns die im Editor, scrollen hier ein bisschen runter, machen zwei Absätze, copy-pasten uns hier unseren Code rein. Und jetzt sehen wir das hier, wenn wir auf Preview sehen, sehen wir, okay, das Ganze hat funktioniert. Aber woher kommt diese Grafik? Das ist ja jetzt hier einfach nur ein bisschen Buchstaben-Salat. Aber was passiert da eigentlich? Einmal, das ganze Ding ist ein Link. Das heißt, ich kann hier drauf drücken. Wenn ich hier drauf bin, seht ihr es auch, mein Cursor ist ein Pointer. Und er verlinkt mich nämlich genau hierhin. Er verlinkt mich auf die Job-Seite, da wo wir gerade hergekommen sind quasi. Und hier ist eigentlich das Interessante. Und zwar ist das hier ein Bild. Um genauer zu sein, ein SVG-Bild mit dem Namen batch.svg, was GitHub uns bereitstellt über eine URL, nämlich diese URL hier. Außerdem übergibt GitHub selbst hier noch zwei Parameter, was uns sagt. Einmal Branch Master und Event Workflow. Also die beiden Parameter, die wir gerade auswählen können, könnt ihr hier auch manuell einfach in der Readme verändern, ohne dass ihr euch einen neuen Batch über die UI erzeugen müsst. Prinzipiell bedeutet das aber, ein Batch muss ein SVG bzw. ein Bild sein, das einfach nur verlinkt wird. Also die gesamten Informationen sind in dem Bild gespeichert und werden dort dynamisch erzeugt. Schlussfolgerlich heißt das, wenn ihr einen Custom-Batch haben wollt, braucht ihr Custom-Bilder. Und das wollen wir uns jetzt mal genauer angehen mit einem Dienst, den ich ziemlich cool finde. So, wir finden hier die Seite shields.io. Das Ganze ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und hier sehen wir einmal jede Menge Kategorien. Davon gucken wir uns gleich auch noch eine genauer an. Aber hier sehen wir erstmal Custom Static Batches oder hier unten auch dynamische. Wir gucken uns jetzt aber einfach mal kurz zu Demo-Zwecken die statischen an. Und zwar können wir jetzt hier zum Beispiel sagen Test Message 22 und Farbe Yellow. Jetzt können wir ein Batch erzeugen. Hier sehen wir hier oben unser Batch. Ich kopiere mir jetzt einfach mal hier in der Browser-Leiste die URL. Und das seht ihr jetzt glaube ich nicht, weil ich das nicht mit filme. So, hier bin ich wieder in unserer Readme. Und jetzt kann ich einfach mit STRG-V unseren Link, den wir gerade kopiert haben, einfügen. Was heißt einfach Image Shields. Und dann hier sehen wir Test 22 Yellow. Was heißt, der ist statisch. Der wird sich niemals verändern. Und wir können uns jetzt einfach alles hier markieren. Quasi ab dem Ausrufezeichen bis zu den Klammern. Nennen das Ganze jetzt hier Test. Kopieren hier unseren Link raus. Löschen alles bis zu dem SVG. Und alles vor dem SVG ersetzen wir durch unseren Link. So, dass wir quasi den Namen unseres Bildes haben. Also unsere komplett kopierte URL. Das ist dieser Abschnitt. Und fügen da noch SVG dran. Wenn ich das Ganze jetzt angucke, sehen wir hier, wir haben wunderbar unseren Custom Batch eingefügt. So, aber natürlich kann man nicht nur statische Sachen machen. Sondern wenn wir hier runterscrollen und zum Beispiel hier auf Social gehen, können wir noch ein bisschen runterscrollen. Sehen hier GitHub jede Menge. Wir sehen hier Reddit, Twitter, natürlich auch YouTube. Und hier sagen wir zum Beispiel, wir wollen jetzt YouTube Likes darstellen. Von meinem Video, wo ich meine Standardentwicklungsbegebung anzeige. Da habe ich mir einfach die Video-ID kopiert. Sage hier Social. Ich möchte jetzt zum Beispiel hier Override Label noch machen. So würde es gerade aussehen. Ich möchte aber hier drin stehen YouTube Likes. Und dann würde das so aussehen. Wir kopieren uns jetzt einfach diese Batch-URL, gehen zurück in unser GitHub, hier in die Readme. Wenn ich das jetzt hier einfüge, sehen wir hier einen Link. Ich kopiere mir einfach mal diese Zeile. Nehme unseren Link einfach mal raus, copy-pasted. Und füge das jetzt einfach hier in die Klammern ein. Und sage, das Ganze heißt YouTube. Und in dem Moment haben wir jetzt hier unseren YouTube-Like-Batch, der interaktiv ist. Was heißt, wenn jetzt jemand von euch das liked oder disliked, dann würde man das hier sehen. Beziehungsweise man würde da aktualisiert werden. Und wenn man jetzt mal hier hochscrollt, beziehungsweise das mal schließt und hier sich das anguckt, gibt es hier quasi alles. Also ihr könnt von Code-Coverage gehen bis natürlich zu Bild. Wenn wir hier runter scrollen, sehen wir zum Beispiel Azure. Wir sehen hier unten auch irgendwo Bitbucket-Pipelines. Wir sehen hier die CircleCI. Irgendwo ist auch Travis und alles mögliche. Also fast alle großen IT-Dienste sind hier vertreten. Auch hier zum Beispiel Rating. Wir sehen hier die verschiedenen Stores von den Browsern. Wir sehen hier aber auch alle möglichen anderen Geschichten. Selbst sowas wie Steam-Subscriptions. Oder wir sehen hier Marketplace von Visual Studio mit so einem Rating. Und das könnt ihr alles ziemlich einfach einfügen. Hier seht ihr, was ihr mal einfügen müsst. Zum Beispiel Packet-Name oder Extension-ID und so weiter. Das Ganze ist ziemlich simpel, ziemlich cool. Und schreibt doch mal in die Videokommentare, ob ihr sowas bei euren Projekten nutzen wollt. So, das war's schon wieder für diese Woche. Wenn euch das Video gefallen hat, wie immer, hinterlasst einen Daumen hoch oder einen Kommentar unter dem Video. Ansonsten, wenn ihr Fragen, Probleme, Kritik oder sowas habt, wie immer, ganz viele Social-Netzwerke oben in der Videobeschreibung. Und dort findet ihr auch jede Menge Partnerzeiten, wo ihr diesen Channel supporten könnt. Ansonsten, ja, sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin, viel Spaß und ciao. Bis dahin, viel Spaß.